1. Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Ich seh's mir. Hahaha, ich hab große Fähne mit dir. Weite Energie zur Frontbarriere um. Ja, ich hab große Fähne mit dir, ich hab große Fähne mit dir, ich hab große Fähne mit dir. Ja, ich hab große Fähne mit dir, ich hab große Fähne mit dir, ich hab große Fähne mit dir. Achtet auf mein Geschütz! Sie war online! Ich hab große Fähne mit dir. Sie war ja nur noch die Fähne mit dir. Du bist so. Sie war ja schon. Ich bin ein Kaffee, ich bin ein Kaffee. Was ist das? Geht das Spiel! Haha, das nennt man Dampfhammer-Methode. Geschütz, Fiat. An dir kommt keiner vorbei. Gegner, du schufst, Geschütz! Oh, fucker, wer ist so schnell? Oh, fucker, wer ist so schnell? Ich schauze nicht mal! Hopp! Ich schauze nicht mal! Ich schauze nicht mal! Danke! Ja! Na, einer! Ich bin sofort wieder da! Was ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.